Hallo zusammen, ich bin der Deutscher und heute wieder für euch in Shadowlands oder X. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge von meinem Gold-Tagebuch präsentieren. Es ist mittlerweile wieder zwei Wochen her seit der letzten Folge und wir wollen einmal reinschauen, was ich die letzten zwei Wochen so erwirtschaftet habe, wo wir investiert haben. Und jetzt, ja, diesmal gibt es auch noch einen kleinen Zukunftsausblick, den wir aber dann ans Ende quasi ranhängen, wo ich dann nochmal ein bisschen drüber reden will, dass ich das Ganze hier eventuell ein bisschen erweitern möchte. So, jetzt schauen wir erstmal rein, wo wir stehen geblieben sind, beziehungsweise was wir die letzten Wochen gemacht hatten. Wir waren stehen geblieben vor zwei Wochen bei einer Goldsumme, gesamt 53 Millionen. Und wir sind da in der 17. Woche stehen geblieben, sprich vor zwei Wochen. 53 Millionen hatten wir, 10 Millionen auf dem Main-Account und 43 auf dem Second-Account. Da hatten wir einen Sprung von 3 Millionen nach oben. Eigentlich hatte ich gedacht, dass es jetzt immer weniger wird, aber es schwankt so zwischen, ich würde sagen mal, knappen 1, 2 bis 3 Millionen hoch, was ich dann in den zwei Wochen Zeitrauma mache. Und wohlgemerkt relativ gechillt. Nebenbei ist wahrscheinlich nicht mal 10% von der Zeit, die ich in WoW verwende, quasi auf Gold aus. Aber im Moment läuft es ganz gut nebenbei. Und dementsprechend will ich das, was ich jetzt mache, auch vielleicht eventuell auf anderen Servern noch erweitern. Da bin ich schon ein bisschen am Leveln. Aber da gucken wir uns dann am Ende nochmal ein bisschen was an. Ich würde sagen, wir schauen mal rein, was wir im Postkasten drin haben. Ich habe diesmal schon ein bisschen Gold umgeschichtet. Normalerweise ist ja hier bei meinem Main-Char immer so ein bisschen mehr weg, weil ich mit dem halt die Matz kaufe und crafte. Ich habe es jetzt schon mal ein bisschen umgeschichtet, dass wir nicht 10 Mal hin und her loggen müssen, weil das Hin und Her loggen bei mir doch immer ein wenig länger dauert. Geschuldet dessen, dass ich relativ viele Add-ons drauf habe für Collectible Stuff. Ich habe jetzt schon mal ausgerechnet, wo wir jetzt im Moment stehen, nachdem ich natürlich diese ganzen Einkäufe getätigt habe. Wir sind jetzt knapp bei 47 Millionen, also sprich sind über 6,5 Millionen ins Minus gegangen. Das sind Investitionen in verschiedene Materialien, die wir natürlich brauchen, um Sachen craften zu können. Als allererstes schauen wir bei meinem Main rein. Da verkaufe ich sowohl die Leder als auch die Ketten- und Platten-Items, 168er Item-Level, die man dementsprechend über einen Schmied bzw. Lederer herstellen kann. Das sind einfach diese blauen Items, die man dementsprechend hier upgraden kann mit dem Mal des Handwerkers auf Stufe 2. Ich versuche diesmal ein bisschen mehr zu erklären. Die letzten Male habe ich es ein bisschen schleifen lassen, weil es halt doch immer dasselbe war. Es wurde an mich reingetragen, dass ich ein bisschen mehr erklären soll und das versuchen wir jetzt hier an der Stelle. Wir haben in den zwei Wochen 99 Sachen verkauft. Das sind 257.000 Gold, die werden wir jetzt hier einmal rausnehmen. Ihr seht nichts sonderlich Specialiges. Die meisten Sachen sind halt für meinen Mindestverkaufspreis von 2.500 Gold weggegangen, minus dann noch die Auktionshausmarge, die ja 5% entspricht. Das ist jetzt nicht das große Gold. Ich weiß, dass da auch nicht viel rumgeht, aber es ist ein bisschen was, was man mitnehmen kann. Und das versuche ich doch jede Woche mitzunehmen. Wenn man jede Woche da ein paar hundert Kadern noch einstreichen kann, ist das schön und nett mitzunehmen. Ich habe es jetzt mal so ausgerinnert, dass es eigentlich klappen müsste, dass der Char nicht über das Gold Cap rauskommt. Und wie gesagt, vorhin schon mal ein bisschen was umgelagert auf meinem 2. Account. Einfach, dass wir nicht zehnmal hin und her loggen müssen, weil wir ans Cap geraten. Das ist ja auch so ein Luxusproblem, dass man dann das Gold immer ein bisschen umschichten muss. Gut, hätten wir das zumindest schon mal. Dann habe ich natürlich auch noch mal einen Haufen Legendary Items hergestellt, sowohl wie der Lederschmied, aber auch was mit meinem Stoffchar, also sprich mit meinem Schneider. Und das switchen wir mal auf meinem 2. Account rüber. Beziehungsweise ich kann hier mit dem Main Account eigentlich gleich schon mal weiter loggen auf einen Twink, wo wir uns nämlich was anschauen wollen. Wir wollen nämlich auf einem anderen Server uns noch einen Markt zusammen ein bisschen angucken, wo ich eventuell am überlegen bin, ob ich einsteige. Und das ist hier einmal auf Lothar. Da habe ich jetzt angefangen, oder mittlerweile, wer bei mir im Stream ab und an dabei ist, weiß es, einen Char hochzuspielen. Eigentlich weniger wegen dem Gold investieren, sondern eher, weil ich da mit dem Char bestimmtes Transmog farmen will. Ist eine längere Geschichte, aber fürs Gold machen kann ich den eventuell auch nutzen, wenn ich den jetzt schon auf maximale Stufe gespielt habe. So, dann würde ich sagen, gucken wir bei meinem 2. Account mal rein, wo das große Gold liegt. Und zwar haben wir hier ein paar Verkäufe getätigt, mit dem insgesamt 387 Verkäufe. Und ihr seht schon, hier habe ich das Gold mal komplett ausgeräumt. Bei dem Twink hier, der ist sonst eigentlich auch immer nahe am Gold Cap. Einfach deswegen, um ein bisschen Platz zu haben, dass ich nicht jedes Mal das rumschicken muss. Was verkaufe ich mit dem Char? Ich verkaufe, wie gesagt, die Legendary Baseline Items von Stufe 1, meistens nicht, weil die alle im Minus sind, aber meistens Stufe 2 bis Stufe 4. Und da die Teile, die halt im Plus sind. Ich kann mittlerweile ja alles craften, sowohl die Schneidersachen, als auch die, ja, die Platten-Sachen, die Ledersachen und die Schwerrüstung sein. Das Einzige, was ich noch nicht kann, sind die Ringe, die der Juve bauen kann. Und ich glaube, Hals kann er auch machen. Und da muss ich mal noch gucken. Ich habe meinen Juve jetzt schon hochgezogen, aber den Char noch nicht gelevelt. Heißt, ich müsste den Char leveln, dass ich den Torgast-Zugang kriege. Und ja, das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch passieren. Im Moment priorisiere ich aber noch andere Chars, wo ich halt auch parallel noch Transmog mit dem farmen kann. Dementsprechend mit dem Juve-Ding werden wir auch noch eines Tages machen. Aber im Moment ist das noch ein bisschen auf Eis gelegt. Jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, was wir hier rausziehen. Wir sehen hier unten, haben wir schon verschiedenste Beträge zwischen 35k, 6k, 42, hier auch mal ein bisschen mehr. Sogar mal Träte haben wir für 71k verkauft, das ist ein Haufen Gewinn. Aber ihr seht, es sind nicht mehr diese ganz riesen Beträge, die am Anfang der Expansion angefallen sind. Jetzt gucken wir mal, 2,2 Millionen zeigt es mir hier schon mal an. Wir packen jetzt einfach mal alles raus und gucken mal, wo wir am Ende landen. Wie gesagt, wir müssen die 6,5 Millionen, so Pi mal Daumen, die müssen wir auf jeden Fall reinholen. Sonst hätten wir nämlich Verlust gemacht und das wäre ein bisschen blöd. Ich habe zwar jetzt kurz vor der Aufnahme nochmal alles nachgecraftet. Also wir haben alle Items, die zumindest im positiven Bereich sind, nochmal nachgestockt. Heißt, es könnte sein, dass mein Gewinn dadurch ein bisschen geschmälert ist. Das mache ich normalerweise immer erst danach. Aber ich dachte mir, jetzt komm, craftest du nochmal vorher und dann guckst du, dass du hier das Gold-Update oder das Gold-Tagebuch mit aufnimmst. Mittlerweile sind die Matt-Preise auch relativ stabil, muss ich sagen. Zumindest hier auf Antonidas. Meistens bewegt sich der Hornbike, der ja, oder der schwere Hornbike, muss ich ja sagen, der ja tatsächlich das teuerste an dem Ganzen ist. Zwischen so 4 und 500 Gold und dementsprechend dieser Verzauberte dann um die 1000 Gold. Und das geht jetzt. Die letzten Male war es ja immer so, dass die Preise stark geschwankt haben. Das hat sich jetzt ziemlich eingepegelt. Und ich bin so ein bisschen am überlegen, ob ich jetzt was aufkaufen soll. Einfach deswegen, weil bald der PTR zu Patch 9.1 live geht. Und da wird dann wahrscheinlich klar werden, okay, wie sieht es aus? Braucht man zu 9.1 dann wieder die alten Matts für die wahrscheinlich kommenden, ich vermute es zumindest, die wahrscheinlich kommenden Upgrade-Items wie Legendary-Sachen. Und wenn man natürlich die alten Matts braucht, könnte man jetzt schon anfangen, die im großen Stil so ein bisschen zu horten. Und dementsprechend dann, wenn es live kommt, nicht in die Falle zu treten, wie sie wahrscheinlich viele machen werden, wo man dann quasi horrende Preise zahlen muss, weil dann alle auf einmal einen Haufen Nachfrage haben. Da bin ich so ein bisschen am überlegen, ob ich da schon ein bisschen was horten soll. Weil sobald der PTR natürlich live geht, haben alle die Informationen. Und dann werden wahrscheinlich viele anfangen zu horten. Dann wird der Preis wahrscheinlich auch schon steigen. Deswegen bin ich da noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich warte jetzt wahrscheinlich nochmal ein paar Tage, gucken wir das an, und versuche dann vielleicht auch einer der Schnellen zu sein, wenn der PTR live ist. Ich möchte jetzt ungern einen Haufen lagern und dann in die Falle treten, dass man vielleicht doch neue Matts braucht. Und dann bleibt man quasi auf den alten so ein bisschen hocken. So, das meiste haben wir rausgenommen. Jetzt sind nur 88 Mail-Sachen drin, die nehmen wir auch noch raus. Und ihr seht schon, der Gold-Counter ist gut hochgegangen. Das war, glaube ich, eine gute Idee, das vorher wegzuschicken. Schlichtweg, weil wir sonst ein bisschen Probleme gekriegt hätten. Jetzt muss ich bloß mal schauen, ob sich das Ganze jetzt ausgeglichen hat. Ich meine, schon hier oben sehen wir, zweiter Count steigen wir jetzt. Das ist nur hier auf Antonidas. Das Gold auf über 40.041.000.000. Ich glaube schon, dass wir plus gemacht haben. Und ich muss dazu sagen, diese Woche habe ich ein bisschen geslackt. Ich bin jetzt, komme jetzt oder, ja, ich komme nicht mehr so oft zu Reposts. Das schmälert natürlich dann immer so ein bisschen den Ertrag, weil man halt weniger oft was verkauft, wenn man nicht so oft repostet. Wir haben jetzt rausgezogen aus dem Postkasten 9 Millionen und ein paar zerhackte. Und dementsprechend sind wir jetzt auf dem zweiten Account bei 45.681.000. Ich würde sagen, wir tragen das jetzt hier parallel schon mal ein. 45.681.000. Und auf dem Main-Account, wie viele waren wir da? Ich bin jetzt hier schon mal parallel auf den Schurken umgeloggt. Und da haben wir 10.581.000. Ach, auch 81.000. Schauen wir mal an. Okay, so viel dazu. Jetzt können wir aber hier noch weiter loggen. Denn wir haben ja nicht nur den Schur, sondern wir sind ja auch noch mit meinem Nightfield Druid ein bisschen was am Verkaufen. Ihr wisst ja, ich habe einen Schur, wo ich dann so den ganzen Ramsch in Anführungszeichen verkaufe. Und Ramsch ist jetzt zwar abwertend gemeint, aber es bringt tatsächlich auch Gold ein. Und dementsprechend lohnt sich das. Das mache ich nicht so konsequent, dass ich da wirklich jeden Tag das Zeug neu einstelle. Meistens habe ich das sogar, glaube ich, auf 48 Stunden, also alle zwei Tage dementsprechend, weil es halt viel Zeug ist wie uralt Transmog aus allen möglichen Expansions und Dungeons, Raids aus allen möglichen Quellen. Das sind dann teilweise aber auch aktuelle Mats. Das ist einfach alles, was sonst so anfängt, was nicht mit dem Craft-Business zu tun hat, schicke ich auf den Char. Und das haue ich einfach alles ins Auktionshaus rein. Das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Das werden wirklich einige Items sein. Aber nichtsdestotrotz mit dem Craft-Business sind wir auf jeden Fall schon mal im Plus. Ihr seht, wir haben wieder 2,7 Millionen Plus gemacht, obwohl ich jetzt gerade nochmal frisch nachgecraftet habe. Ist nicht ganz so gut wie der letzte Zeitraum, aber ziemlich ähnlich wie der davor. Und wir haben ja jetzt noch ein bisschen Gold, was wir aus dem Postkasten ziehen werden. Also von dem her alles gut. Und ich habe ein paar Pads gekauft, fällt mir gerade ein. Ich weiß jetzt nicht, ich denke mal Pads von Transmog, so 100k, vielleicht ein bisschen mehr, habe ich die letzten zwei Wochen gekauft. Immer mal wieder, wenn was günstig drin ist, dann schlage ich da mal zu für ein Pad für 10k, da mal ein Transmog für 10.000, 15.000. Also das ist relativ regelmäßig. Mir fehlen aber oft nur noch Sachen, die sonst relativ teuer sind. Und dann ein Item, was vielleicht sonst 60.000, 70.000 kauft, wenn das mal für 10.000, 15.000 drin ist, dann schlage ich da tatsächlich zu und kaufe mir sowas. Gut, jetzt sind wir hier noch auf dem zweiten Account, bei meinem sogenannten Ramsch-Char. Und ihr seht, hier haben wir auch 342 Sachen noch im Postkasten. Ich vermute, das ist alles Gold, hoffe ich zumindest. Und ihr seht, hier ist alles Mögliche drin. Formbarer Draht, keine Ahnung, was das ist. Irgendwelche Schenkel. Anscheinend habe ich auch Hornbalk verkauft. Gut, dass ich das zu dem schicke und nicht zu meinem Main. Irgendein Festmahl haben wir verkauft. Todesblüte haben wir verkauft. Schauen wir mal, hier haben wir diese Verstärkungsrunen verkauft, diese aus dem LFR und dem Missionstisch bekommen, was nicht schlechtes Gold ist. Da haben wir noch mehr Verstärkungsrunen. Hier haben wir anscheinend irgendeinen Transmog-Teil verkauft. Also ihr seht, das meiste ist eine aktuelle Mats. Das verkaufe ich dann halt immer, wenn ich einiges im Postkasten habe. Alle paar Tage haue ich das Zeug runter, dann sind halt das meiste Mats. Aber einiges dürfte tatsächlich auch Transmog sein. Mal gucken, ob wir irgendeinen Posten dabei haben, der ein bisschen größer ist. Wie gesagt, ich bin keiner, der Leuten rät, Transmog zu farmen, um das im Auktionshaus zu verkaufen. Das halte ich nicht für eine effiziente Goldmethode. Aber wenn ihr wie ich für euer persönliches Transmog-Zeug in den Instanzen unterwegs seid und Sachen farmt und da natürlich random was abfällt, was ihr nicht mehr braucht, dann auf jeden Fall ins Auktionshaus damit. Da wird man zwar eine Weile brauchen, bis man es verkauft, aber wenn man es verkauft, dann hat man noch ganz nette Gewinne teilweise dabei. Gucken wir mal hier, das sind auch Verstärkungsrunen. Ja, da unten war nochmal was für 4K. Für 4K ein Transmog. Und das hier sind fast alles Mats, ne? Mittlerweile kriege ich so viel Mats-Zeug hier aus der Expansion rein, weil ich halt mit einigen Chars die Worldquests mache. Was haben wir denn hier? Da haben wir noch irgendeinen Ring, den habe ich für 32K verkauft. Ich glaube, das müsste aus dem LFR ein Ring sein. Und hier haben wir eine Sense verkauft für 36K. Das dürfte auch ein Transmog-Teil sein. Was haben wir hier für 19K? Irgendwelche Pläne, Todeslied. Okay, keine Ahnung. Hier wieder Verstärkungsrunen. Also da geht schon einiges raus. Aber ihr seht, das Allermeiste sind Mats und ziemlich viele Kleinbeträge. Die summieren sich aber auch auf, ne? Und dann haben wir zwischendrin halt immer mal wieder irgendwelche Pläne, irgendwelche hier Feuerkinnstiefeln auch für 19.000 vertickt. Also, ja. Ich habe ein Riesenrepertoire an Transmog, bestimmt so 400 Teile oder so, drin. Und dann wird vielleicht in dem 2-Wochen-Zeitraum 10 Sachen verkauft, ne? Von den Sachen. Und das ist noch gut, wenn 10 Sachen verkauft werden, ne? Und dann halt irgendwie noch 200, 300 einzelne Items. Hier haben wir auch irgendeinen Fluxus verkauft anscheinend. Also, ja. Gut. Dann schauen wir mal rein, wie viel das jetzt insgesamt waren. Naja, es sind auch nochmal 250.000. Das ist jetzt nicht das Riesengold, aber es ist nice to have. Jetzt muss ich die Zahl nochmal ein bisschen nach oben korrigieren, würde ich sagen. Und zwar tragen wir das jetzt hier mal ein. Dann sind wir nämlich bei 45.932.000. Und dann sind wir von im Plus bei fast 3 Millionen, was doch ganz nett ist. Ich habe ja gesagt, bevor ich nicht bei dieser Grenze von 50 Millionen ist, mache ich keine größeren Einkäufe mehr. Das war ja so ein bisschen die Marke. Jetzt sind wir schon 6 Millionen quasi über der Marke drüber. Im Moment habe ich noch nichts direkt auf dem Schirm, aber ich habe schon das eine oder andere, was vielleicht demnächst anfällt. Aber da werde ich dich dann, denke ich mal, nochmal informieren. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall den Punkt schon mal weg, was wir an Gold eingenommen haben. Wie gesagt, anscheinend hier knappe 3 Millionen, ne? Und jetzt wollen wir mal gucken, wo ich vielleicht noch ein bisschen reingehe und investiere. Und zwar habe ich jetzt hier mit den Roark hochgespielt, weil ich mir so ein paar Deutsch-Transmox in Shadowlands noch holen will. Ich möchte den aber auch ganz gerne nutzen, um ein bisschen Gold zu machen. Schlichtweg deswegen, weil das Leveln doch auch eine gewisse Zeit kostet. Und ja, ich habe gern so einen Win-Win-Faktor. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, mit was mache ich am meisten Gold? Mit was für zwei Berufen? Auf Antonidas und möchte das so ein bisschen reproduzieren hier auf Lothar. Aber das Problem ist, Lothar ist ein Low-Pop-Server, heißt, es sind wenig Spieler drauf und man wird wenig Verkäufe in einer kurzen Zeit machen, ne? Einfach, aber eventuell hat man auch weniger Konkurrenz. Jetzt habe ich hier schon mal ein bisschen geguckt, ne? Also ich habe jetzt mal Lederer geholt mit dem und Schmid, ihr seht, ich habe die noch nicht geskillt. Ich muss mir das auch noch durchrechnen, ob ich es machen werde. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt, ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt vielleicht die Legendary-Teile herstellen, dann kann man hier zum Beispiel mal reinschauen, was zum Beispiel der schwere Hornbike kostet, ne? Hier ist er auf jeden Fall ein bisschen teurer als auf Antonidas. Was aber nicht das Problem ist, das größte Problem ist tatsächlich, dass hier nicht sonderlich viel drin ist. Wenn ich jetzt die Sachen alle hochskillen wollen würde, bräuchte ich extrem große Mengen an Hornbike. Und hier haben wir nur 1680 Hornbike drin oder schweren Hornbike und nur 136 von dem Verzauberten. Ich müsste mir, und der Verzauberter ist ein gutes Stück teurer als der normale, ne? Zum Umwandeln brauchst du dann zwei schwere Hornbike plus so einen Staub, ne? Also der Staub, der ist marginal, der kostet 10, 20 Gold auf den meisten Servern. Also sprich, da haben wir schon mal auf jeden Fall einen erheblichen Unterschied. Und dementsprechend müsste ich mir halt noch einen anderen Char hochspielen. Ich habe auf Lothar einige Chars, aber halt keine, die hochgespielt sind, wo ich dann VZ noch mit ins Boot nehme. Ich glaube, den müsste ich nur hier nach Ori-Boss holen, weil für das Umwandeln musst du nicht Stufe 60 sein. Ich glaube, da müsste auch eine Stufe 50 Char gehen, da muss ich aber nochmal gucken. Und ja, das wäre dann die eine Geschichte. Das Problem ist, ich habe mir auch so ein bisschen die Preise angeguckt. Okay, das ist jetzt ein bisschen außergewöhnlich, aber so sind sie so mittel, ne? Also manche Sachen sind relativ teuer, manche Sachen sind aber auch relativ lau. Ich habe da ja so eine schöne Tabelle, warte mal, ich kann euch das mal zeigen. Berufe, das können wir jetzt mal ein bisschen kleiner machen, wo ich mir das halt alles durchrechne. Nehme ich mir selber gebastelt und schaue, was ist im Plus, was ist nicht im Plus. Habe dann auch den Auktionshaus-Cut mit einberechnet und so. Und da kann ich dann ganz schön die Werte eintragen, mir das so ein bisschen durchrechnen. Heißt, da muss ich dann so ein bisschen mal schauen, inwieweit wir da was machen können. Okay, hier sind jetzt ein paar Sachen drin, die ein bisschen broken sind. Die muss ich vielleicht mal nochmal ein bisschen fixen. Da sind jetzt hier ein paar kleine Fehler drin, weil ich da mal anscheinend ein bisschen rumgetipselt habe. Aber nichtsdestotrotz funktioniert das eigentlich relativ gut. Da muss ich mir das mal durchrechnen. Das andere Problem, was ich habe, ich habe auf Lothar nur 231.000. Ich weiß nicht, ob es mir reicht, im Leder-Business einzusteigen. Denn da die Herstellkosten sehr, sehr hoch sind und meistens, wie ihr hier seht, Stufe 1 im Minus ist, und das ist bei den allermeisten Sachen so, dass die so niedrig sind, dass man dann auf jeden Fall draufzahlen muss, 15 Teile herstellen, bin ich am überlegen, ob es vielleicht sich eher rentiert, in den Schmiedemarkt als erstes einzusteigen, da das ganze Gold rein zu investieren und dann, wenn ich eine genug große Basis aufgebaut habe, dann rüber zu switchen und auch in Leder zu gehen. Es ist ein bisschen ein G-Gamble, aber falls ich alles verliere, wenn ich 200k verliere, ist es jetzt nicht so schlimm tatsächlich. Heißt, das werde ich jetzt wahrscheinlich mal über die nächsten zwei Wochen ein bisschen probieren, werde das Gold dann aber auch immer gleich wieder reinvestieren und dann schauen wir mal, was aus diesem kleinen Projekt geworden ist, ob das funktioniert hat oder ob das gnadenlos baden gegangen ist. Ich werde euch dann auf jeden Fall informieren, vielleicht auch für die Leute interessant, die auf dem Low-Pop-Server spielen und sich denken, ah, was du machst auf dem High-Pop-Server, funktioniert bei mir auf dem Low-Pop-Server ja überhaupt nicht. Mal gucken, ich probiere es jetzt hier auch mal auf dem Low-Pop-Server aus. Und da ich nochmal einen weiteren Charm leveln bin, den Worry, den habe ich jetzt heute erst angefangen, auf Equin, was wiederum, Equin müsste High-Pop oder Medium sein, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, müsste ich nochmal nachschauen. Da habe ich ein bisschen mehr Gold, da habe ich glaube ich noch zwei Millionen rumliegen oder zweieinhalb sogar. Also da könnte man schon richtig einsteigen. Hier auf Lothar bin ich halt ein bisschen gehemmt, wobei der Char ist erst 52, den muss ich erst noch leveln, also da wird es noch ein bisschen tatsächlich dauern. Ja, genau, das sind eigentlich so die Sachen, die ich vorhabe und ja, damit wären wir tatsächlich am Ende. Vielleicht nochmal hier den Endstand, den wir eingenommen haben und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Könnt mir gerne eure Gedanken, Anregungen in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, in zwei Wochen wieder und schauen mal, was dann aus der kleinen Investition auf Lothar geworden ist, ob das geklappt hat oder ob das ein Goldversenken quasi war. Ich verabschiede mich an der Stelle, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao!